Erste Atomdrohungen, dann Annäherung. Es ist ein überraschendes Zeichen aus Nordkorea. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonab soll der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un den südkoreanischen Präsidenten zu einem Gespräch in den Norden eingeladen haben. Überraschendes Signal aus Pyongyang, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den südkoreanischen Präsidenten zu einem Staatsbesuch in den Norden eingeladen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in nach Pyongyang eingeladen. Das berichtete die südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonab am Samstag. Moons Sprecher Kim Oik-yayong sagte, Kims Schwester habe die Einladung während eines Mittagessens mit Moon im Präsidentenpalast von Seoul mündlich überbracht. Kims Schwester Kim Jo-yong ist Teil einer hochrangigen nordkoreanischen Delegation, die auch das 90 Jahre alte protokollarische Staatsoberhaupt Nordkoreas, Kim Jong-nam, umfasst. Moon habe geantwortet, der Norden und der Süden sollten weiter daran arbeiten, die Bedingungen zu schaffen, damit ein Gipfel stattfinden könne. Sollte Moon nach Pyongyang fahren, käme es zum dritten Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern. Bei den derzeit in Südkorea stattfindenden olympischen Winterspielen hatte es zuvor Signale der Entspannung zwischen den beiden Ländern gegeben. Südkoreas Staatschef Moon Jae-in empfing am Samstag eine Delegation mit hochrangigen Vertretern des Nachbarlandes Nordkorea in Seoul. Moon hatte Kim Jong-nam und Kim Jo-yong bereits am Freitag anlässlich der Eröffnung der olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyongyang getroffen und ihnen die Hand gereicht. Das international isolierte Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Beteiligung an dem sportlichen Großereignis bekannt gegeben. Damit kam Bewegung in den Konflikt zwischen den beiden Ländern, die sich offiziell weiterhin im Kriegszustand befinden. In den Monaten zuvor hatte Nordkorea immer wieder mit Raketen- und Atombomben-Tests Besorgnis ausgelöst. In den Monaten zuvor hatte Nordkorea immer wieder mit Raketen- und Atombomben-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen-Testspielen